Musik 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 Warte, bist du gespringt oder wie? Ich bin das erste Mal gesprungen, da hast du mich nach vorne geschossen und dadurch war ich nicht zu langsam Oh, Mann, schon das zweite Mal Du musst mir auch mal helfen Ja, kann ich doch nichts für Schließlich hatten wir Krieg und du hast mich abgeschossen Ja, ich weiß Tut mir ja auch leid Komm, Leonard Sprinte am Anfang Sprinte am Anfang Sprinte beim ersten Sprung Sprinte beim ersten Sprung Springen und dann immer gehen Ich bin aber dann zu schnell Nee, nee, beim ersten Sprung sprinten und dann Und danach immer einfach normaler Sprung Du musst ja gehen Nee, geht nicht Okay, ich bin nicht gesprintet Ich kann dir auch keinen Tipps geben, weil Ich hab's ja eben mit gehen gemacht und dann hat mich ein netter Junge nach vorne geschossen Kannst du das nicht eigentlich auch machen? Ich hab aber keinen Bogen und keine Pfeile Und ich bin auch nicht hinter dir, sondern vor dir Lol Was hab ich denn da gerade gesehen auf dem Boden? Boah, ich war's fast Ah, ich weiß jetzt wie es geht Vorne liegt ein Bett Vorne liegt ein Bett, das will ich haben Das hab ich platziert Ich weiß Ich dachte eben hier Ich hätte eben Eisenschwert und Apfel gesehen Aber es war ein Bett Oh, ich bin Lennart Darf ich weitermachen? Oh, das sind die Lohnen, nein Ja, okay, kannst du weit Jetzt wieder das gleiche Problem Du hast das Lack, jetzt bist du vor mir Und jetzt, äh, ist es langweilig Naja, aber das ist wieder die gleiche Challenge übrigens Ganz auf Fall Fuck Nur irgendwie, keine Ahnung Anders Schlecht Du bist grad auf Holz gelandet Lol Alter, wie langsam gehen wir denn raus? So, hier Alter Wie lange muss man denn auf dem Block bleiben? Oh Gott Miros was dumm du vorall Boah, wie, oh Ich wollte grad sagen, wie einfach ist das denn und wie langsam und dann fliege ich runter Oh, ich bin Lennart, ich schieße mal wieder Hast du es geschafft? Ne, hast du nicht Nein Ei Wie geht's denn so? Ich hasse Käse Ich auch Nein, das war ein Scherz Liebe Käse Käse ist voll geil Ich hasse dich Nein Ich hasse dich Und ich hasse diese Sprünge Oh, die eigentlich voll einfach sind Ich hasse deine Mutter Obwohl ich dich noch nicht erkenne Dööö Nein Hallo Oh, ich war dich grad schlagen Ich war fast am Ende Alter, hättest du mich geschlagen Ich wär so ausgerastet Ich hätt so rumgeschrien Weil du darfst nicht eingreifen, wenn es ein Challenge ist Ja klar, ich bin ja nicht im Creative Mode Klar darf man das Boah, das ist so scheiße, dass ich Okay, das ist eigentlich nicht so klar, da, 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 da Weiß noch, bei unserer Adventure Map Wir spielen die nicht Weil ich schaff das Niemals Was? Ich hab die extra so gebaut Ich baue Adventure Maps immer so, wenn ich welche baue, dass ich die selbst nicht schaffe Ja, aber, okay, der eine Sprung ist richtig ultra schwer, ohne Witz Aber die anderen Sachen sind eigentlich... Auch das mit dem Feuer und so Und der Teil... Nee, das Feuer ist eigentlich mega einfach Lol Nee, aber ich find diesen einen vom Eisengitter da schwer Mit dem Eisengitter Der ist ultra, ultra... Ach nee, der ist ultra... Scheiße Achso, den find ich gar nicht so schwer Ja, den hast du auch noch nie geschafft Doch Nee Oh, fuck Nein Du bist ein schlechter Unser Adventure Map Oh, ja Bin ich auch wirklich, du eigentlich auch Ja, das heißt, du bist nicht so schlecht wie ich, aber... Ne Kleiner Ja, geschafft Ich hab's Na ja, immerhin kann ich dich jetzt nicht mehr... Immerhin kann ich dich jetzt nicht mehr runterschlagen am Ende Ja, und ich weiß jetzt, glaube ich, wie es geht Da, ich guck mal zu, ne Boah Weißt du was? Boah Du kannst die Challenge doch nicht überspringen, Alter Weißt du, wie wenig du die probiert hast? Nein, 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 nein Habe ich auch nicht gesagt Achso, ja, ja, klar Darfst du Weil das ist immer mega lange Hast du das gesehen? Ne, hab ich nicht Ja, du bist auch scheiße Ja, da bist du auch... warte mal, ich möchte mal probieren ohne deine Hilfe Da muss man wirklich zwischen den Sprennen Guck Achso, ich sterb ja gar nicht Haha, was bin ich denn für ein Monge? Monge, jetzt muss ich mich wieder hochfliegen Hallo! Kannst du einfach den Knopf durch den Holzknopf ersetzen? Ne Ne Ach Mensch, ich muss doch gar nicht nach unten fliegen Ich kann doch gleich ein bisschen nach oben Ne, aber du springst auch zu spät Aha, sprinten, sprinten, sprinten Die ganze Zeit? Ja, dauersprinten Kurz warten, bevor man drauf springt und jetzt sprinten, 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 sprinten Oh, knapp Aber du weißt, wie es geht Geht so, ne? Naja, ich hab das eben auch so, aber ich hab das trotzdem nicht geschafft Ja, jetzt bin ich ein bisschen... Ja, siehste No problem Ne, das ist zu spät Warte, ich hab's probiert nochmal Boah, ich hab's raus Der muss ich die ganze Zeit machen Hm, selbst wenn man nämlich da drin so komisch rum... Ne, ne, du darfst nicht so stehen Mit dem Rücken zu den Blöcken Sondern du musst so stehen Dann und dann los sprinten Und selbst wenn du dann komisch rumbackst Ist es manchmal so, dass du wieder nach oben kommst Wo bist du denn? Ach da Oh, ich bin linnert, ich bin kack, Noob Kannst du mal weiter drücken? Nein Wenn du das jetzt gefälscht bist, Junge, ne? Ja! Ne, das Doch, doch, doch Ich hab's geschafft ohne zu cheaten Ich hab's einfach die ganze Zeit gedrückt Und so schnell, dass... Alter, das war grad genial So, bei der Challenge kannst du... Ach, scheiße Ohne Witz ist das noch langweilig, wenn du die Dauer drückst Ich möchte... Boah, was bist du denn für ein Kackenhoop? Oh, da geht's nach oben Ja, aber das ist nicht schwer Ich glaub bei einem Sprung hast du die Decke über dem Kopf Weiß ich nicht Da musst du dich mal rennen Da musst du dich mal rennen Ja, ich würde dich hier nicht empfehlen zu rennen Die Blöcke fahren sie relativ langsam aus Da kann zu auch genauso gut gehen Das ist ja... Oh fuck Okay, beim letzten Sprung was ich ziehe, sind knapp, oh Genau Danke Danke Okay Einmal... Game Mode Zwei Und... Von LKL 2000 Möchte ich jetzt immer auch schon den Game Mode auf zwei wechseln Nur zur Sicherheit LOL Alter Sorry Ich hatte zwei Tränke LOL Hier muss man ja nicht mal... Hier muss ja nicht mal springen Hier ist ne Leiter Fick dich Alter Ich will dich nur schneller machen Alter Fick dich Oha Alter Fick dich Du hast mich nicht Hahaha Ich liebe es Alter, was willst du eigentlich? Du kommst zwischen Leil lights als erstes hoch Ab mir in die Ecke Nein 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 Alta fick dich ohne Witz Okay Frieden Marsch Frieden Alter lehrt übrigens Slash Clear 2000 Boom Slash Kill Slash Kill Slash Kill Slash Kill Slash Kill Ja aber auch ich hatte ein paar XP Fläschchen Jetzt denkst du auf die Dicke Oh ich hab sie Ach fick dich Ja geh weg Ja ich will doch nur hochgehen Ich mach ja nichts Ja guck Das ist nicht grad geschlagen Ladies Mach doch mal hier weiter Ja dann muss ich ja vorgehen Ich bin Ich bin zwar eine Fee Aber ich bin Ich bin super mein Kostüm Ich bin super mein Kostüm Ich bin super mein Kostüm Super Ich hab auch zwei Herzen nur noch witz Ich hab auch zwei Herzen nur noch witz So schlecht Der Sprung Welchen Welchen Ich grad gemacht hab Warte meinst du jetzt Achso Ja ja Der ist auch relativ schwer Ja Ich hab mich bisher nur einmal geschafft Ich hab ne Idee Du kannst mir diesmal auch helfen dass du mich schlägst Ja warte wenn ich das nicht mal runterfalle Oh ne das sind ja nur so Sprünge Wetten fliegt Ja Doch Warte 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 Ich komme Ich muss nach vorne gehen Ich muss nach vorne gehen Sind das jetzt Spende? Nein Fail Egal Habe ich einmal zu viel geschlagen? Soll ich dich schlagen? Diesmal Ne ne ich schaff das auch ohne Oh fuck ja wenn ich was sehen würde Ja fast Ja nein jetzt bin ich drüber gesprungen Nice Ja nein War fast Warte ich kann ich glaube ich wieder ein bisschen runterstellen So Und hier den Lautsprecher und dann mit dem bisschen runterstellen So Ja Ja Was machst du denn da? Hehehe So So Die Mannschaft So Es ist einer der schwierigsten Was machst du denn da? Alter doch mal auf den Boden zu zerstören Was machst du denn da? Oh nein Oh nein Das ist so wieder soweit Der bin ich grad abkratzt Der bin ich grad abkratzt Pick dich Hehehe So Musste mal sein Komm zum Schiff den Boden ohne Witz Alter Lennart Hör mal auf mit dem Scheiß Lennart Hör mal auf damit Ohne Witz Hör mal auf damit Ist doch scheiße Lennart auf damit Ich wollte dich anschubsen Sicher Dann hör auf ja alles zu zerstören ist so langweilig Wir dürfen keine Blöcke zerstören Ja und Jo Es fing an mit der Melone Hehehe Ja Oh Sorry Aber Ich meine ich hatte einmal schlagen Muss man ja Ich hatte einmal schlagen Weil eben hat es mich zweimal geschlagen Ja ich weiß aber ich hätte dich auch grad nur einmal geschlagen Ach fuck sorry das war zu spät Ja Nein Das war grad fair Warte 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 Ach sorry Ah Ich bin zu scheiße dafür Ah scheiße Sprung schwer Warte hinten ist noch ein Sprung Nein Lennart Ohne Witz Ne So Es ist ja noch ein Stück Leiter Jetzt kannst du gar nichts mehr abbauen sonst kommst du mal hoch Du kommst dann auch nicht mehr auf Ja es ist schön für dich es nützt aber beiden nix Boah was was ich mach das wieder hin das Stück Leiter Aber mach das nicht ab Ohne Witz ist doch langweilig wenn du mal ein Blöck zerstörst Wir wollen das hier noch mal richtig schaffen Scheiße Also So So